Kann ich euch behilflich sein, Jungs? Ja, wir wollen jeder eine von diesen Ninja-Waffen. Okay, ihr müsst aber eure Eltern dabei haben, wenn ihr was kauft. Ich darf keinem unter 18 etwas ohne elterliche Erlaubnis verkaufen. Eltern? Eltern? Oh Gott! Was hast du denn? Wir sind Brüder, wissen Sie, und unsere Eltern sind letztes Jahr bei einem Autounfall gestorben. Warum? Warum? Warum musstest du sie beide zu dir holen? Warum? Warum müssen uns die Menschen immer an das erinnern, was wir nicht mehr haben? Ist ja gut, Jungs. Bitte hört auf zu weinen. Ich packe euch die einfach schnell ein, okay? Das war jetzt das zwölfte Mal, dass das funktioniert.